Heute im Test die Panda Crash 9 Schuss, ja, 91 Gramm NEM in so einer Dreiecksform und ja, dann würde ich sagen, ich gehe raus und wir testen die Crash von Panda. So, jetzt die Panda Crash, richtig geile Dreiecksform Batterie, 9 Schuss, viel Spaß. ZIHW owner High School ofénergie & Trunk im Dun und Feuerwerk ist nicht die Sucht, ich krieg nicht genug Silvester für immer, wir Büro's bleibt mit jungen Sternen vergrünen, doch was bleibt ist hier, hier brauch. Zu 29 hab ich kaum geschlafen, viel zu aufgeregt Viel zu viel Gedanken haben sich in meinem Traum bewegt Irgendwo hält mich nichts mehr im Bett, ich muss los Feuerwerk einkaufen für die perfekte Show